Hallo, mit den zwei Toughest Firefightern im Moment aus Deutschland. Wie war der Montag? Montag lief gut. Ich habe ein sehr gutes Gefühl gehabt. Ich habe wirklich bis zum Schluss alles rausgehauen und gekämpft. Ein bisschen Zeit im Turm verloren. Ich habe aber trotzdem gedacht, dass ich eine geile Zeit vorgelegt habe, die lange nicht zu knacken ist. Alex hat dann Dienstag gleich nachgelegt und mich gerade mal um 20 Sekunden unter Boden. Ich habe einen Riesenraum gemacht. Geil. Super. Wie war der Dienstag? Dienstag ging super. Nach meiner Verletzungspause letztes Jahr wollte ich mich einfach mal wieder positionieren und schauen, wo ich stehe. Ich glaube, das war eine Überraschung für mich und für alle anderen auch. Die Verletzung haben wir ja mit IQ-Line auch gut gekühlt die letzten Wochen, oder? Ja, damit habe ich mich gut regeneriert, gut vorbereitet auf den Wettkampf, natürlich auch im Wettkampf gekühlt. Also, IQ-Line läuft das nicht. Sehr gut. Und wieder eine Staffel. Da war ja auch der Vize-Weltmeister. Ja, Staffel, mega Erfolg. Auch da waren wir überrascht. Alex und ich haben natürlich das alte Hafen mit alles gegeben. Guten Zeitvorsprung rausgeholt. Und unsere beiden Youngstars sind über sich hinausgewachsen und haben Top-Zeiten für ihre Verhältnisse hingelegt. Und wir haben Platz 2, also Vize-Weltmeister. Das macht schon wirklich geil. Genial, genial. Super. Also, gratuliere. Ich bin mir sicher, das wird bis zum Ende erhalten. Und ja, mit IQ-Line kann man alles schaffen, oder? Jawohl. Ganz sicher. Super. Danke. Bitte.